recht herzlich willkommen zur 143 folge vom kerbel space programm ja gucken wir noch mal rein hier wir sind hier noch im orbit ich habe hier oben dem sag schon delta v für die stage also stufe und das total schon hinzugefügt der dralo hat er sich das gewünscht macht ja auch sinn und ja jetzt müssen wir schauen dass wir den punkt den wir letztens hier auserwählt hatten um irgendwo hinzukommen wieder weg machen weil der mordrack mir geschrieben hatte und er sagte ich soll erst mal die inclination hinkriegen und dann dann geht es auch alles viel einfacher sowie aus dem lehrbuch halt jetzt machen wir bitte weg so ok und dann machen wir das noch mal wo sind wir jetzt ist die frage wenn wir uns länder fokus liegt glaube um den darum na ja da sind alles klar so dann müssen wir aber trotz alledem erstmal den dingens auswählen hier set as target so das haben wir schon geschafft jetzt haben wir hier die notes damit wir da inclination betreiben können nein ist jetzt auch egal das wollte ich eigentlich nicht abbrechen gerade ich wollte ein kommando setzen und dann schauen dass wir da die null setzen stop da war schon reichlich 19 18 18 18 hier muss sie irgendwo sitzen 17 14 13 12 und da ist 00 passt oder dann können wir uns jetzt hier ausrichten und dann müssen wir in diese richtung brennen so dass sie doch ganz gut aus so passt auch schon fast klein bisschen nach links so das ganze in sieben minuten noch mal ein stück fordern ein bisschen schneller vor 5 4 3 das reicht wo sind wir wir sind da aber alles richtig ich glaube wir haben alles richtig ausgerichtet ist wir können aber noch nicht 272 kommen ein bisschen geht noch aber nicht mehr lange so bei zwei anderthalb minuten müssen wir dann anfangen zu brennen denke ich mal oder so und dann mal vollgas und gucken dass wir das rumschieben so 200 oder noch hin so 150 150 100 Und gut 50, 30, 25, 20, 15, 10, 5, und stopp. So, dann können wir den entfernen. Und haben hier minus 0,8. Habe ich das jetzt eben nicht gesehen? War das eine 0,8 und nicht nur 0,0? Habe ich mich da jetzt sowas von vertan? Oder ist gerade was schiefgelaufen? 7, 8, also 7. Da sind wir schon bei 8. Na. Na, was ist jetzt los hier? Hm. Oh, das war zu viel. So. So, 0,0 steht da jetzt wieder. Ich muss da rüber. So. Da hin. Ab hier. Ausgerichtet sind wir. Müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Ab hier nochmal. So, und dann einmal kurz Stoff. So, und jetzt. Ist 0,0. Passt. Gut, okay. Dann haben wir das schon erreicht. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ihn hier nicht fokussen, oder? Nee, das lassen wir erstmal. Erstmal müssen wir hier irgendwo ein Ausstiegfenster machen. Die sind natürlich jetzt total ungünstig in der Linie. Das hatten wir ja letztes Mal schon festgestellt. So, Ed Manöver. Das war zu viel des Guten. Ist er da schon? Ich glaube, da ist er schon, ne? Genau, aber dann sind wir so weit raus. Hm. Warte mal, da ist er auch wieder, ne? Da sind wir aber an der falschen Stelle, auf deutsch gesagt. Okay. Da ist der Mond. Ne, das war jetzt nix. Wo ist er? Da anzupacken. Da ist der Mond. Okay. Da war er ganz kurz, glaube ich, einmal. Oder? Nö. Da ist er im Endeffekt. Aber da will ich ihn eigentlich gar nicht haben. Möchten wir auch den Hinweg eigentlich schon haben. Jetzt springt er da irgendwo hin. Das läuft, ne? So, jetzt nochmal gucken. Kriege ich den irgendwo da noch? Da ist er ja. Ich würde den ja gerne auf dem Hinweg haben wollen, aber... Hm. Stopp, da war... Da ist er auf jeden Fall. Warte mal, da müsste ich doch mal weiter zurück können. Was ist denn denn irgendwann da kriegen? Da ist er auch nochmal. Ah, da werde ich jetzt vom Mond eingepackt. Da ist er. Hm. 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 Da ist der Munn wieder im Weg. Irgendwo da ist er. Aber wo? Closest Approach. Ja. Stopp nochmal jetzt. Aber ich kriege ihn immer erst auf dem Rückweg. Da will ich ihn doch gar nicht haben. Ich will ihn doch auf dem Hinweg haben. Ist das dann hier hinten irgendwo oder was? Jetzt nicht hier ist er. Tatsächlich. Okay. Dann haben wir das ja doch noch hingekriegt. Diese Stelle zu finden. So. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wie es dann da aussieht. Das ist jetzt schwer zu sehen. Da ist das. Minmus Pyra Apsis. 186.000 Das ist wohl dann der Weg. Focus View. Und das ist dann da. Jetzt kann ich den Punkt natürlich da ganz schlecht auswählen. Kriege ich das nochmal angepackt? Ja. Dann können wir den noch ein bisschen näher bringen. Denke ich. Dann werden wir schon mehr eingefangen. Eigentlich ist das gar nicht mehr so schlecht jetzt hier, oder? 80. Ich glaube, so könnten wir das lassen. Ja. Da hinten ist jetzt so ein großer Hoffnung, wo man nicht weiß, welches ist das Richtige. Ja. Gut. Aber. Können wir mehr ablenken? So. Wird da noch mehr rum. Da sind 50.000. Ich glaube, wir lassen das jetzt mal bei 50.000 stehen. Haben dann die Möglichkeit, halt hier noch einzubremsen. Und dann müssen wir gucken, wo wir landen dann. Und ja. Ich denke, das kriegen wir schon hin. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.